Ja, können die... Weil du da ein großes Haus hast, wo die... Können die Zombies schießen oder so ein Shit? Äh, ja. Also Waffen aufnehmen können die. Es gibt welche, die tun chemisch, die dich mit Chemie-Cocktails abknallen. Kannst du Resident Evil? Was? Resident Evil? Nein. Okay, das ist, wie gesagt... Wir gehen jetzt zu Menschen. Wir gehen jetzt zu Menschen? Ja. Der Typ hat sich einfach vollgekauft, den ganzen... Äh, fast... Und, ähm, wir müssen uns hier... Also rechts unter deiner Karte siehst du einen Timer und da wird's dann Nacht. Und wenn's Nacht ist, kommen sozusagen die Zombies. Also es kommen auch schon vorherbare Zombies, aber nur... Die Zombies lassen auch immer ein bisschen was fallen. Also, also da liegt dann echt viel Loot überall rum. Das ist schon praktisch. Aber nehm alle, Moni, jetzt. Alle. Alle. Ja, du wirst halt, ähm... Hier... Ja, ich hoff an die 50 Zombies-Kills zu machen. Und, ähm... Äh, ja, Moni, ich will ein bisschen grad bis rum... Ja, macht nix. Und Pieren? Mhm. Da kommen aber andere, Achtung. Äh, 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 auch gegen die? Ja. Ja, also... Pieren? Ja, rechts neben uns direkt einer, seht ihr. Ja, auf jeden Fall auch eine Pieren. Unter uns. Wieso? Ja. Aber du brauchst... Na, nö, nicht unbedingt. Du brauchst nur zwei Waffen. Achtung, da unten ist eine. Seht ihr den? Sein Fallschirm? Gär möglichst weit links. Äh, oder weit vorne. Der geht weiter. Der geht in dieses letzte Haus, oder? Ja, ja, hier. Das Haus ist gut für Zombies. Wie gesagt, wir müssen die Typen dann auch inzeltöten. Habt ne Schottie? Meine. Okay. Wir müssen die am besten... Wir müssen die am besten noch am Tag töten. Damit wir in der Nacht... Ich hol... Achtung. Hier ist einer drin. Hier ist einer drin. Hilf mir. Ah. Töt den einfach mal. Der hält viel aus. Der ist mies. Wenn der sich aufböhmt, dann ist er tot. Ja. Also, dann dauert's ein bisschen, bis er explodiert. Das macht Schaden. Habt ne DP. Ich hab einen Kampf und Säß gemacht. Nice. Äh, wenn möglich, stürmen. Damit wir die... Aufpassen. Achtung, Schlatt... Achtung, Steps! Neben mir direkt. Hier, bei mir. Hier ist ne Pump. Äh, ich... Geh, push direkt das Haus. Ja, ja. Achtung, wow. Nice. Nice. Äh, Shots. Nice. Achtung, das waren vier Leute. Also... War er nicht der letzte. Der hatte aber nen Helm für mich. Oh, schnell, Zugriff, Dings. Pass dort auf, hier, ne Scar, sehr nice. Ja, genau, ich bräuchte jetzt auch meine Waffe. Nimm dir halt was Automatisches mit, hier liegt noch ein paar... Ich hab zwei Kills, du. Jo, ich oin, nice. Also, da war halt nur ein vierter, Lilly. Da könnte bei dir sein. Dann lass... Soll ich die Ozi behalten? Okay, ne. Ja, ich brauch einen Muni auf jeden Fall. Ähm... Und auch Helm und Weste, wer... Ozi oder OMP? OMP hat mehr Schuss. Bis zum Nachladen. Och, nee. Und schießt doch schneller. Würde ich sagen. Oh, krass. Die M16 hab ich dann. Hat... Hier liegt... Hat wer Dings Muni für mich? Was? Äh... Äh... Wie, wie SS Muni? Ja, aber ich brauch die... Ich ersegne. Du hast halt ne fucking Sniper einfach. Ist das gut? Naja, die musst du relativ häufig nachladen. Ja, nee, dann nehm ich jetzt die Skadi. Ja. Okay, wozu nehm ich auch grad mit? Kampfmesser hab ich. Auch. Das heißt, dadurch, dass wir in der Zone sind, was gut ist, würde ich sagen, wir gehen in das Haus hier, wo ich gleich reinlaufe. Ja. Ich loote noch zu Ende. Naja, wir haben eine Minute. Äh, bei mir ist, glaub ich, wer Fremdes. Soll ich zu dir kommen? Ja. Ja, ich seh... In dem Haus, bei mir. 350. Das Haus. Okay, ich töd den durchs Fenster. Nee, es geht hoch. Alter, ich muss nachladen. Tot. Alter, der hat gar nix gerallt. Ist ja nice. Habe allerdings viel Muni für den verschwendet. Ich nehm alles an Muni mit, auch die, die ich gar nicht brauche. Also, ich werd eventuell... Was ist das gar Muni? ...nicht viel, 5 Millimeter. Ich hab eins für 7 Millimeter, falls ja. Ich nehm da AK. Ja, ich hab auch so viel 7 Millimeter. Aber wir werden hier öfters, denke ich mal, die Waffe wechseln. Ich hab ganz mager Muni. Ja, ja, ich auch. Das ist in dem Modus echt schlimm. Die Autos haben ja auch weniger Sprit. Ähm, ich kann dir 5 Millimeter geben. Also 9 Millimeter und 7, bitte zu mir. Hier liegen 5. Oh, Leute, Junge. 9 und 7. Ja, könnte ich gut. Achtung, es wird Nacht. Hier, ey. Hier, 7. Da, 7. Ja, ja. Ja, äh, da, ja. Dann lass den... Komm, komm ins Haus, ich geb dir 7er. Äh, die oben, da oben, die Skarsmeine. Nein, nein, wir müssen in das andere Haus. Ich weiß nicht, wo du die 7er hast. Ui. Da ist einer. Oh ja, viele, Achtung. Alles aufheben, was die haben. Oh, lol. Jo, lass einfach mal in das Haus gehen. Welches? Ich komm da nicht durch. Hallo? Alter. Ich nehm jetzt den Kampfmesser. Hier durch. Kommt mit. Warte. Zu mir hoch. Am besten in das Haus hier. Das hier ist gut. Also hier muss ich sagen, hier kann man gut deffen. Ich spreche halt nur... Muni. Oh, so. Hier oben kommen nämlich erstmal nicht so schnell viele Leute hoch. Es gibt diese Doppeltreffe. Geht... Beide... Geht alle an die Treppen. Oh, nein, nein, ja. Ja, ja, ja. Okay. Jetzt heißt es aushalten. In 25 Minuten wird's komplette Nacht. Und wir können halt so hinter uns gut hochschießen und so fliehen und wieder reinlaufen. Warte, benutze erst mal ein Kampfmesser. Nein. Ja, Gasflasche. Die ist für ein Dings. Für ein... Flammenwerfer gibt's ja. Ich geh an die Treppe. Geht irgendeine an die andere Treppe. Ja, ja, ich geh an die andere Treppe. Björn halt einfach überall Deckung. Tot. Nein, ich muss nachladen. Ja, Björn halt einfach so die Deckung. Hab nur noch ein Schmerzmittel. Wie viel Zomikir habt ihr? Sech. Fast zehn. Alles an Boosters nehmen. Achtung. Es geht los. Die große Nacht geht los. Ballert alles. Muss nachladen. Fuck. Steck in der Ecke fest. Ich muss nachladen. Ja, ich auch. Juhi, Achtung. Hab ich. Ich geh hier an den Rand. Jaja. Björn. Diese mit der Gasmaske sind die Spei-Viecher. Ich muss nachladen. Muss nachladen. Einfach Dauerfeuer. Muss nachladen. Geh. Ja. Weg. Lilly, lass mich mal bitte durch. Hilf mich. Jetzt kannst du ein Neuner. Gib mir fünf. Scheiß, Dinger. Scheiß, Dinger. Scheiß, Dinger. Ihr sammelt ja welche auf, indem ihr die Viecher einfach tötet. Obwohl ich wirklich welche brauche. Oh nein, Großer. Ah. Scheiße. Ich spring raus. Ich lauf. Nein, nein, nein. Nicht laufen, Lilly. Wir halten das hier. Halten. Ich bin draußen. Okay, der eine ist tot. Beide tot. Lilly, wir haben hier wieder gecleared. Das ist alles frei. Alles gut. Komm, ich brauche Hilfe. Komm hoch. Hier ist frei. Hier ist nichts mehr los, Alter. Oh, Leute. Bitte pass mal kurz auf mich auf. Ich nehme. Ich nehme. Draußen sind wir es wieder. Leute. Leute. Bitte pass mal. Leute. Oh Gott. Ich kann mein Erste Hilfezeug nicht nehmen. Was nachladen? Leute, bitte. Hier. Oh Gott, ja, 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 ja. Fuck, fuck, fuck. Halbtot. So, bin wieder da. Hughes Erste Hilfe. Ich komme wieder hoch zu euch. Das geht hier gut. Nice. Nice, nice, nice. Boah. Großer. Ja, ja, jetzt kommt. Drei, 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 drei. Ja, 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 ja. Leider nach. Kacke, ich bin unten. Leute, Leute, wir müssen laufen. Nein, flieh. Es ist Tag, es ist Tag. Lauf. Boah, sind das viele. Leute, das sind drei große. Lauf. Ja, tötet jetzt einfach schnell die Großen. Der ist tot. Kriegt ihr das hin? Die werden langsam am Tag. Die werden langsam. Wir haben es geschafft, Leute. Und wir sind Zucker noch drin, Alter, unnormal. Ich habe 33 Kills. Nice. Und ihr? Ich habe nur noch Bandone. Ich weiß nie, wie viel. Ordentlich aufgeräumt, würde ich sagen. Das Gebäude ist eigentlich gut. Habt ihr viele Booster und so ein Shit? Äh. Ich habe gar nicht in den Blockenladen. Ist eine SLR gut? Nee, heißt Fernkampf. Neun, Milli, drei. Leute, ich habe eine L6. Und die ist Einzelschuss, oder? Ach nee, die kann ich auch was sagen. Besorgt euch auch neue Westen und so. Helme und Westen. Meine Westen und Helme sind gar nicht gedamaged. Gar nicht? Okay. Ja, hast gut ausgehalten. Okay, also... Wir können weitergehen in den Gebäude. Das ist auch OP auf jeden Fall. Ähm. Da sind halt Container und so. Wo? Ähm, weil... Die Zone schrumpft in zwei Minuten. Und in zwei Minuten wird es auch Nacht. Das heißt, wir müssen dringend los. Folgt mir am besten einfach mal. Einfach irgendwo dahin. Wir müssen halt gucken, wo die Zone hinschrumpft. Und uns ein neues Gebäude suchen. Also das Gebäude war echt gut. Da konnte man so... Lilly, du solltest dich vor allem boosten. Ich hab... Ich hab... Dann gebe ich dir kleinen Schmerzmittel. Ich hab... Ja, dann komm, folg uns jetzt bitte. Ich bin... 13 Meter. Die Frage ist... Ah, ich glaub, hier ist das. Ja. Dort, wo ich markiert hab. 500 Meter. Schaffen wir das? In einer Minute? Äh, wahrscheinlich. Doch, doch, doch. Sollt mal. Wenn ihr beide Waffen aus der Hand und sprintet, dann... Waffen wir es zu dem Gebäude. Weil da gibt's halt, ähm, Container, wo die Zombies nicht draufklettern können. Da werden nur diese Spuckviecher... Aber so erste Eindrücke von Zombie Mode? Jo. Ist auf jeden Fall was, was den Nahkampf extrem, ähm, stärkt, muss ich sagen. Ich bin mir fast 10 Meter auf die Schlüsse gekommen. Wie? Da vorne die Häuser. Äh, das Haus. Das, äh, große Gebäude. Vor mir. Also, ich werd's auf jeden Fall erreichen. Für 50 Sekunden. Dann direkt draufklettern. Ich werd's auch erreichen. Das ist nice. Wie gesagt, vergesst nicht, es leben auch noch 27 andere Spieler. Die sind so gespielt. Äh, neben mir einer. In dem blauen Haus, ja. Bei 60. Das, die blauen Gebäude. Bei mir? Das blaue Gebäude. Bei mir? Ja. Ja, ja, ich seh ihn. Ich seh ihn. Tot. Den könnt ihr looten, weil er hat OP-Gier. Also, natürlich mehr als Zombies. Ich lauf rein. Nice Teamwork. Ich hab Angst, dass hier Leute drin sind. Äh, vier und los, wir müssen es beeilen. Ach, du läufst schon scheiße. Ich bin schon fast da. Okay. Hier liegt... Geräusch gehört. Oh ja, das... Die zweite Nacht ist immer schlimmer. Warte ich. Und noch Sterne. Scheiße, ich bin... Auf die Container drauf. Ja, ja. Hier, wo ich klettere. Weil die Zombies können da nicht hochklettern. Jeder am besten seinen eigenen. Oder Lilly. Achtung, ich seh ihn. Zwei. Nice. Boost dich auch. Dann weiß der Kill, wie sie okay... Äh, warte, sag ich dir, wenn ich einen töte. Das ist lustig. Das traurig. Kannst du den hier holen? Äh, feindliche Shots. Feindliche Shots. Wollen wir die töten? Wir lieben dir. Wir haben gerade keinen Zweifel. Soll ich dir das Firstkid holen? Oh, lol. Der Ballert draußen rum. Der kommt hier rein, da. Nice. Achtung, da ist einer. Ist mein 33. Zambi-Kill. Deiner, Pian. Achtung, da ist einer mit Flammenwerfer. Draußen. Nein. Also, der wissen, dass wir hier drin sind halt. Achtung, der kommt hier rein, oder? Kannst du ihn vielleicht erledigen, Pian. Achtung, es wird jetzt richtig dunkel. Bei mir draußen. Von rein. Der geht zur anderen Seite. Warum ist es so dunkel? Das habe ich gar nicht mehr erinnert. Der kommt von der anderen Seite. Okay. Ja, ist sie. Komm einfach hier rein. Oh, lol. Sind das viele. Tötet sie. Fuck. Der läuft da durch. Der ist durchs Tür gelaufen. Einfach alle töten. Alter, die Spuckviecher gehen mir sowas von auf den Keks. Oh, lol. Achtung. Lilly, Spuckviech. Wirft mich ab. Einfach alles abballern, was ihr seht. Ja, ja. Oh, fuck. Keine Muni mehr. Keine Muni mehr. Oh, lol. Alle Spuckviecher abballern. Kacke, ich habe keine Muni mehr für die Star. Oh, nein. Hilfe, ich bin runter. Wenn du Muni hast, geh runter und hol dir welche von den Viechern. Wir sind hier oben aber safe. Das werden nur unheimlich viele. Oh, lol. Vor allem die Spuckviecher. Nein, ich bin unten. Lilly, bitte erst die Spuckviecher, bevor was anderes, weil die anderen können uns nichts. Hey, ich bin bei mir, bitte. Ich helfe dir. Björn helfen. Ja, nice, 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 nice. Wir machen das gut. Lilly, die Spuckviecher, die Spuckviecher. Lilly. Ich mache Bandage. Sein ist Björn. Komm wieder hoch. Wir haben nur noch eine Minute. Björn, wir sind so gut. Ey, der ist tot. Oh, Lilly, nicht Spitz schlagen. Achtung, hinter dir. Nächste Welle kommt. Wieder große. Achtung, ein Licker, ein Licker. Können die hoch? Nein. Nein, Licker sind nur extrem opä. Spuckviecher, Lilly, Spuckviecher. Wo? Hinter uns. Achtung, Pion. Oh nein, ich habe null Muni von gar nichts. Weder AKM noch um P. Lilly, 5, 5, 0, sofort. Ich muss runter, sonst. Ich camp mich hier oben, ich camp mich hier oben. Lilly, die Spuck, ich brauche Muni. Gib mir bitte Muni. Was? Sieben und neun. Ja, es wird hell. Hey. Danke. Ich brauche Hilfe. Ja, ja, ja. Danke, reicht. Geweckt da, geweckt da, geweckt da, geweckt da. Geweckt da, geweckt da. Ja, ja, ich töte den. Nice. Achtung, hinter uns noch einer. Leute, wir haben es geschafft. Wie gesagt, es gibt nur zwei Nächte. Ja, ja. Oh lol, du hast mich runtergeschmissen. Lilly, Hilfe. Ich muss weg. Boah, Leute. Es gibt keine dritte Nacht, Björn, nur so als Info. Also erst in zehn Minuten und bis dahin werden halt Ich hab ja nur um Pair und P-Muni mehr. Alle Spiele sterben. Oh, ich hab 300 Schu... Alle tot? Ja. Ich benutzt gerade einen Full-Mag-Tip, ne? Für mich selber aber, ne? Ja, ja, mach das. Alle Boost und alle, alle Money. Alle, alle, alles. Boah. Vor allem, wir sind noch in der Zone. Oh, wir haben so richtiges Zone-Glück, die wir... Lasst hier campen. Ich geh mit dem Sechspach-Ding. Leute, ich geh nie wohl noch wieder woanders hin, wie ich mich da. Also hier war echt gut, oder? Hier liegt noch so fünf Millimeter. Die Pump brauche ich nicht mehr. Ja. Soll ich eine Art... Ich hab noch mal Antranen-Spritze, ich dummes Kind. Ich lad hier die Waffe nach. Boah. Alter, jetzt hab ich richtig viel. Ja, du noch krank. Ein Tyrann kommt. Ja, ja, das ist so ein Boss-Zombie. Kommt der jetzt hierher? Nein, nein. Leute, komm her, ich geb dir sieben mal. Ich hab jetzt nicht mehr Müllplatz. Ich hab 474 Schuss, was will ich damit? Nein. Ich hätte eine Gaskasche, soll ich die Autoppen mehr haben? Ich camp hier oben auf dem Geländer und tu sozusagen die anderen Monster oder Leute. Weil es wird erst in acht Minuten wieder Nacht und bis dahin werden sich alle Spieler gefunden haben. Das heißt, seid jetzt wachsam. Es gibt keine Zombies mehr als Gegner, sondern eigentlich nur noch feindliche Spieler. Das hegen wir jetzt auf Schüsse und so, Lilly Boost. Und kommt am besten irgendwo. Ja, ich gucke hier durch den Zaun. Also durchs Fenster. Ähm, ich brauch B. Und so, es geht wär ganz geil. Krass. Ich hab nur Bandagen und B. Aber ich hab nicht Blut. Also wenn ihr wen seht und so. Aber wie? Also siebener Nomi ist ja nicht zu wenig. Wie viele Kills habt ihr? Ja, drei. Drei. Äh, wie steht das? Oben links. Bei den Normal-Spielern. Ja, Normal-Spieler-Kids mein ich damit. Nee, der habe ich gut. Alter. Feindliche Steps! Außen, Lilly! Gehen Sicherheit. Äh, soll ich? Ja. Tot! Instant! Habt ihr einen Hirschkild? Ja, ja. Draußen steht eins. Du draußen. Ja, hier. Bei uns. Wir müssen auf Zone. Hier. Hey Lilly. Leute, ähm, ich glaube ich hab die rassisten Visierer aller Zeit. Ja, ich auch. Unnormal. Ich hab, Alter, Lilly guck dir das an. Pfff. Oh lol. Was war das? Das könnte ich. Hä? Achso, eine Minigun. Einer hat hier eine Minigun. Hört ihr die? Ja. Von 220. Lass mal drauflaufen. Wir müssen in die Zone, aber eine Minute nur noch. Das müssen wir, dafür müssen wir laufen. Also nach rechts halt. Deckung, bitte jetzt zusammenbleiben. Wir wollen das nicht verlieren. Das wäre unsere allererste Zombie-Runde. Aber der Minigun-Typ ist halt immer noch da. Ich seh'n. Weiß nicht, was der rationalisiert. Ich seh'n beim kaputten Haus. Ja. Tot. Also kämpfenfähig. Da ist er ein Mate bei 130. Sehr weit weg. Er ist ein Mate auch noch weiter rechts bei SE. Einmal getroffen. Tot. Nein, doch nicht. So viele. Tötet bitte mal hinter uns auch noch. Die ballern sich gegenseitig. Sind gar keine Mates. Puschen. Puschen. Los. Ich hab' einen. Ich hab' den mit der Mini. Vor uns direkt halt noch mit Charlie. Ich hab' den mit der Mini-Gun getötet. Ich hab' den mit dem Flammenwerfer getötet. Pass' aber hinter uns auf. Also die haben sich... Hörst du die Mini-Gun mitnehmen? So, das war ich. Ja, jetzt möglichst nicht. Nee, äh, Treffen. Mini-Gun ist halt für Zombies. Ja, gut, okay. Die macht halt Flächenschaden. Ist sowas wie ne Schroh. Ey, Junge. Ey, ihr seid viel zu weit von mir weg, ne? Ja, komm. In die Zone. In die Zone schnell. Äh, Lille. Ey, bei mir. Weil... Ah, ich seh' euch beide. Stopp. Nein. Nicht so weit weg von mir. Ja, ja. Ey, ich bin in der Zone. Ja. Und ich hol' mir nur den Loot, Junge. Leute, wisst ihr was? Wir haben die Granate überhaupt nicht. Ey, eine. Ein Typ noch. Ein Typ nebt noch. Okay, gut. Stimmt. Ey, wir sind noch komplett, Leute. Wir sind krass. Wie viele Kills hast du? Also, von Spielern? Ja. Fünf. Und du hast sechs. Lui. Äh, sechs, ja. Krass. Oh. Warum? Wir müssen in die Zone. Ich hab keinen Bock auf zu lange. Dingsens. Naja. Kein Kampel. Komm, wir pushen den jetzt. Wie gesagt, passt auf. Es gibt auch Leute, die das Ding solo schon gegen Squad gemacht haben. Ja, so war ich. Na, sogar ich. So wie ich. Ja gut, ich würde es jetzt aus relativ gute Spiele einschätzen. Also mich entpüren. Haut alles aus. Jedes Stein, jedes Haus. Hast du? Ja. Ja, ich sehe. Wo? Ja. Ich. 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 Mann, du kleiner Abschaubar. Sorry. Ich hab alle Hits gemacht, da kommst du mit ein. GG. Naja, okay. Okay, das war doch krasser Zombie-Mode, Leute, oder? Ja. Hier stehst du auch. Wie viele Zombies du getötet hast? Ich, 64? 60. Okay. 26. Ich hab keinen Licker getötet, keinen Tyranns. Ja. Ich bin der Serka und Chicken Master. Alter, wenn du mal guckst, 7. Alter, ich mach sonst im Zombie-Modus kaum Kills, weil ich mich eher auf die Zombies konzentriere. Du bist sogar MVP, lol. No. Hä, warum? Achso, weil du mehr Schaden gemacht hast, ja. Ich hab 1206 Schaden gemacht. Obwohl ich 7. Damit haben wir zusammen, wie viel? 12. Hä, das ist mega krass, wenn du mal bedenkst, dass nur 59 Leute mitgespielt haben. Sonst sind's Jahrhundert. Mega krass.